Auf einen Arm oder mit einem Arm, aber die Parität zu den beiden Riesenflächen muss gewahrt bleiben. Ja, wir sind am Barren mit Krasimir Dunjev aus Bulgarien. Die Bulgarien haben schon einen Finalteilnehmer mit Ivan Ivanov am Boden. Auch Kalovach-Ristosov am Seitenpferd. Ja, immerhin, einfallsreich die Übung. Schade, dass man aus...